Hallo liebe Angelfreunde, der Ewald hinter der Kamera und meine Wenigkeit. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge auf BigFish Media. Greewald in der Grafenmühle, heute mal wieder auf einem Hausboot wollen wir hier Nacht auf Forelle angeln, sind schon ganz heiß, was passieren wird. Wir wissen es nicht, aber es ist noch eine gute Zeit fürs Forellenangeln, das wollen wir nutzen. Deshalb würde ich sagen, fahren wir jetzt mal schnell mit dem Auto ans Hausboot ran und laden das Angelgerät aus und während wir das machen, zeigen wir euch ein paar tolle Szenen hier aus der Grafenmühle, denn wir waren gerade mal mit der Drohne hier am See unterwegs, haben sie mal hochsteigen lassen, sind über den See geflogen, da sind hoffentlich ein paar schöne Aufnahmen drauf gekommen und die zeigen wir euch jetzt und dann sind wir auf dem Hausboot. Geflogenje du kannst es auch nicht erwarten schnell ein wurf machen man 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 ja du kannst es nicht genau auf dem rücken und kann nicht abwarten ein wurf und wenn kein bis kommt dann wird erst aufgebaut haben wir kommen dazu nix sonst ich habe da eine forelle gesehen ja ja muss man eben schnell was kommen sonst zu nix man muss schnell reagieren quatsch da kommen wir lassen aufbauen damit den seelenfrieden hast danach kann geangelt werden den ganzen abend und die ganze nacht ich lade den schlafsack mal ab ein 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 So liebe Leute, die erste Route habe ich schon fertig gemacht und heute ist es eine Premiere, denn ich habe was Neues dabei und zwar ist das die Iron Trout Trucker Competition X-Force. Das ist eigentlich eine Route, ja sozusagen für Spirulino Angeln, eine richtige Weitwurfpeitsche für größere Forellen sehen, wenn man aktiv angeln will. 3,30 Meter, 15 bis 45 Gramm Wurfgewicht, aber ich habe mir gedacht, die eignen sich doch bestimmt auch gut fürs Grundangeln hier vom Wurfgewicht her und ein bisschen straffer ist auch ganz gut, weil hier in der Grafenmühle immer größere Fische zu erwarten sind, größere Lachsforellen und da ist es gar nicht so schlecht, wenn man ein bisschen Reserve in der Hinterhand hat. Deshalb werde ich die heute mal ein bisschen zweckentfremden, die Competition X-Force und mit der mal auf Grundangeln. Ich würde sagen, Ewald, zur Feier des Tages, habe ich mir gerade überlegt, weil ich so ein Gönner bin, du darfst die heute angeln. Super. Ne? Ich bin ein Gönner, aber da musst du die auch montieren. Wieso? Du zwingst mir ja alles auf hier. Ne, ich gönne dir das. Ich habe mir heute eine Bodentaste dabei, den montierst du jetzt. Roller habe ich dir auch mitgebracht und deshalb kannst du heute die Premiere hier angehen mit der Competition X-Force. Freust du dich, ne? Ja, sehr. So, dann montier mal los. Dass ich Rute montieren muss. Ja, dann mal los. Ja, geht mal her. So, Gregor hat mir die Route hier geschickt. Oder eher gesagt aufgezwungen. Geschenk nicht, geliehen, geliehen. Aufgezwungen ist das fassende Sprichwort. Jedenfalls auftreibende Montage steht heute auf der Agenda. Ich habe hier einen Bodentaster drauf gemacht, hier von drei, nicht von drei, von acht Gramm. Hier als Knotenschutz habe ich hier eine Gummiperle und hier ein Karabinerwirbel, ganz standardgemäß. Aber eine Neuerung gibt es hier, die hat Gregor mir gesagt. Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt den Namen vergessen. Ich glaube, das war hier Bleirosette oder was? Bleiolivette. Ach so, Bleiolivette. Und du gleich wieder dran denkst mit deiner Rosette. Ich habe da nicht. Ja, 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 ja. Eine Rosette gibt es im Baumarkt, deshalb muss nicht unbedingt das heißen, was du denkst. Ja, ja, genau. Bleiolivette. Genau. Und der Vorteil ist? Der Vorteil ist, dass man hier Knoten, also hier das Blei hier hin und her schieben kann aufs Vorfach ohne Beschädigungen. Anders wie bei einem Bleischrott. Der Fall ist, wenn man es zu fest drauf macht und dann hin und her schiebt, kann man sich dann doch eine Beschädigung hier reinholen. Und die Olivette, die ist zwischen zwei Sikonstoppern fest und man kann das schön hin und her schieben und der Stopper beschädigt ja die Schnur nicht. Genau, so ist es halt. Also kann man hier wunderschön hier hin und her schieben und ich mache jetzt den Köder drauf und dann kann das Ganze auf Gewässergrund gehen. Jawohl, Gewässergrund. Gewässergrund, das ist es. Fertig ist das Ganze. Schmeiß auch nicht weit aus oder so, ne? Aber du könntest weit schmeißen mit der Rute. Oder soll ich mal weit schmeißen, mal was anderes probieren? So, probier's mal. Probier's mal aus. Falls da nichts gehen sollte, kann ich ja immer... Ich lege meine kürzer. Kann ich ja meine Geschichte immer näher ranlegen. Du hast ja die Weitwurfrute, dann lege ich mal eine Kürze. Ja, genau. So, Achtung. Ja, hakt mich nicht. So. Bisschen Stern. Ja, das ist schon Mitte des Sees, würde ich sagen. Mitte des Sees fast, genau. Ich lasse jetzt einmal zu Grund sinken. Dann geht das Ganze auf den Rottpott, ne? Da springen sie schon. Na, schon eine gesprungen da, wenn ihr da hinten guckt. Ich werde den ersten Biss haben, pass mal auf. Das hoffe ich doch, dass da ein Biss kommt auf die neue Route, das wär's ja. Ja, das ist schon eingeweiht. Gut. Ewald Bienenmade hier, gehe ich mit dir mit. Ja, schön. Und auch Teig, aber deinen Christopher Street Day Teig, den mache ich nicht dran. Ich mache hier so ein schönes Schwarz drauf. Ist ja auch gut, da haben wir mal ein bisschen Kontrast. Du mit so was Knalligem. Du mit so was Gedecktem. Ich war es mit Gedecktem und ich lege auch ein bisschen kürzer, würde ich sagen. Mach mal. So, jetzt habe ich hier schwarzer Teig und helle Bienenmade. Sieht auch nicht schlecht aus. Ich lege ein bisschen kürzer. Ewald hat ja weit geworfen, dann nehme ich hier an den Steg. Das ist sowieso meine Lieblingsmethode hier nah am Steg angeln. So, das wird schon reichen in den meisten Fällen. Absinken lassen das Ganze hier am Steg. Ist es auch tief genug, dass man schon angeln kann. Also hier ist es keine 50 Zentimeter mehr. Ihr seht, die Montage sinkt immer noch. Und jetzt ist das ganz unten. Dann kann ich es spannen. Und auch hier in den Bissanzeiger reintun. Und ich glaube, die Routen sind sogar gleich lang. Das hat zwei unterschiedliche Routen. Das ist ja die Chaka Trophy. Aber zwei gleiche Routenlängen, dann sieht es auch richtig gut aus. Wie man Karpf nageln. Ja, nur Forelle. Dann haben sie hier noch auf, damit die Forelle abziehen kann, wenn was ist. Bissanzeiger noch anmachen. Ich muss gleich noch ein bisschen nachspannen, sehe ich. Das wacht jetzt noch ein bisschen, bis das Ganze ein bisschen gesetzt hat. Ja, und dann kann es losgehen. Ich habe den Bissanzeiger nochmal ausgemacht. Denn ich muss hier noch unsere Bissanzeiger-Ringe reinhängen. Die helfen uns ungemein bei der Bisserkennung. Ziehe ich hier von der Bremse einfach ein bisschen Schnur runter. Und hier den Ring bis auf den Boden. Und wenn der Fisch jetzt Schnur nimmt, oder wenn die Forelle beißt, dann kann er erst den Ring hier hochziehen. Spürt kaum Widerstand. Aber das wird durch den Bissanzeiger angezeigt. Übrigens, mir fällt noch ein hier, die Rolle, die ihr hier seht, die RXR von Irontrout. Die haben wir momentan auch echt günstig bei uns in unserem Shop von Absolut Angeln. Link in der Videobeschreibung. Zu einem wirklichen Knallerpreis mit Schnur dabei. Also wenn ihr auf der Suche nach einer neuen Forellenrolle seid, guckt mal bei uns im Shop vorbei. Da findet ihr die RXR hier von Irontrout. Die hat sich bei uns schon zigfach bewährt am Forellensee. Und ja, für alle Leute, die auf der Suche sind nach einer neuen Forelle, ist das auf jeden Fall unser heißer Tipp heute. Ewald, das Wichtigste hatte ich vergessen im Auto. Den Kescher. Ja. Aber ich habe noch dann gedacht, nicht, dass wir her nachher durch dastehen, denn ohne Kescher kein Fisch. Und ich würde sagen, rein optimistisch, wir platzieren jetzt den Kescher mal neben deiner neuen Route hier. Jawoll. Denn die soll ja den Fisch bringen, hoffentlich heute. Genau. Und dann ist jetzt alles angerichtet. Und ich würde sagen, Ewald, Petri heil. Ja, Petri drank, wenn ein Fisch kommt. Und da hast du eine. Ich habe so schön geschlafen. Goldforelle habe ich gefangen. Goldforelle? Ja, ja. Wo denn? Ah, ja, ja, ich sehe schon. Mensch ist Kinder. Goldforelle bei mir. Herrlich. Ich sehe ja die Kamera. Ja, jetzt geht es. Ja, ist eine schöne. Mensch, probiere es mal aus. Oh nein. Drin ist sie. Ja, müssen wir die jetzt mal zeigen. Ja, mit der straffen Route ging das halt ziemlich schnell bei der Größe. Ja. Aber kein Problem. Geil, geil. So, da ist der Fisch. Und Ewald, ich glaube, das ist gar keine Goldforelle. Du hast echt, meine ich, eine Kupferforelle gefangen. Nee. Meinst du, ne? Ja, die sehen da so ähnlich aus wie Goldforellen, aber die Färbung ist wirklich so ein bisschen in dieses Kupferfarbene hinein. Und die haben wir hier besetzt in der Grafenmühle, so als besondere Fisch, also Fischart ist es ja nicht mehr so eine Farbvariante. Aber ich glaube, du hast den Vogel abgeschossen hier mit einer Kupferforelle. Meinst du? Zeig mal die noch mal in die Kamera jetzt. Ja gut, ich gucke mir die auch genauer mal an. Ich bin also auch immer genau auf den Grund gegangen oder auf den Fisch. Tatsächlich eine Kupferforelle. Ein bisschen dunkler als, oder hat einen dunkleren Ton als normale Goldforellen. Ja, wirklich, also eine Fischart ist es ja jetzt nicht eine neue, aber so eine Variante. Ja. Die hatten wir noch nicht bei Big Fish Media. Die Kupferforelle. Premiere hier, Weihnacht hier. Geil. Rute wieder raus, würde ich sagen. So ist es genau. Die Leute, drei Stunden später. Drei Stunden später ist auch meine mit dem schwarzen Teig hier abgegangen. Ich bin ja relativ kurz hier am Steggefisch und der Fisch ist, glaube ich, auch unter den Steg gegangen. Man sieht es nicht. Ich versuche ihn jetzt mal hier so wegzuholen. Ich habe da, da kommt sie schon hoch. Die hat lange gebraucht hier. Eine Frise an der Kamera war. Eine Forelle, aber keine Gold oder keine Kupferforelle. Ich glaube, ich hole die jetzt mal ran. Ich muss ja immer langsam. Ja, auch eingenetzt. Petri. Ah, die Lachsforelle ist das, glaube ich, schon. Aber du hast natürlich die größere. Definitiv, aber Fisch für jeden. So, da ist meine kleinere Lachsforelle hier. Auch ein schöner Fisch, aber da kann ich natürlich nicht mithalten im E-Wald hier mit Kupferforelle. Ja, E-Wald, was sagst du? Ja, Fisch ist Fisch, ne? Petri. Fisch ist Fisch und das kann noch weitergehen. Ja, hau mal wieder raus, die Rote. Ja, ja, ja. So, da kann ich stelle hier vorne am Steak direkt. So, da kann ich das Ganze wieder auftreiben. Ich fische halt doch noch ein bisschen höher auftreibender als der E-Wald. Man hört richtig Forellen auch springen, also aktiv sind sie. Und vielleicht geht ja noch was. Ich mache jetzt Bremse wieder auf, wie gerade eben, Route auf den Rottpott und dann gucken wir mal, ob da noch was geht. Wir sind jetzt wieder im Hausboot. Gut, es ist draußen doch ziemlich frisch, sodass ich noch die Jacke anziehen musste, zweimal. Und ja, schön, dass wir uns jetzt hier wieder in die Betten legen können. Das macht es sehr komfortabel hier auf dem Hausboot. Problem ist allerdings, wenn man dann aufstehen muss, das fällt mir immer ziemlich schwer. Ja, also deutlich schwieriger als im Bekampfenangeln hier aus so einem, ja doch bequemen Bett aufzustehen dann. Deshalb, ja, ich brauche immer lange, bis ich an der Route bin oder die Kamera an der Hand habe. Das merkt man noch manchmal. Ja, ich werde halt auch nicht jünger, ne? Aber jeder von uns hat einen Fisch bisher gefangen, eh mal den Vogel abgeschossen mit so einer Kupferforelle. Und ich würde sagen, jetzt gucken wir mal, was noch kommt. Wird ja jetzt nachher schon recht früh hell dann im Sommer, im Frühling, späten Frühling im Sommer. Aber wir gucken mal, wir sind auf jeden Fall schon zufrieden. Jeder hat gefangen und einen besonderen Fisch. Was kann es Besseres geben? Essen. Essen. Na, Essen gibt es nachher. Flecker Frühstück gibt es nachher auch noch. Ja, oder gut. So, liebe Leute, die Nacht hier ist rum. Eine kleine Relaxforelle hatte ich noch, da wollte ich den Ewald aber nicht aus dem Bett holen für. Eine Wohltat. Konnte der Ewald durchschlafen, wir haben also drei Fische gefangen. Das ist ganz anständig. Eine tolle Kupferforelle, ich habe schon mehrfach betont, hat der Ewald hier heute rausgezaubert. Das ist wirklich eine Ausnahme Fisch. Wenn ihr mal Bock habt hier, Grafmühle, natürlich Kupferforelle ist natürlich jetzt nicht so ein Fisch, den man alle Tage fängt. Aber hier Hausbrot genießen, Hausbrot angeln genießen, auf große Forellen, Goldforellen, andere Fischarten könnt ihr hier in der Grafenmühle perfekt angeln. Komfortabel vom Hausbrot, Link zur Website in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir haben jetzt das meiste schon zusammengepackt, gehen noch zum Frühstück, weil das ist auch ein echtes Highlight hier, das Frühstücksbuffet in der Grafenmühle. Wir machen noch vorher ein paar Schmiss mit der Spoonrute. Meinetwegen, kannst du noch ein paar Schmiss machen mit der Spoonrute, vielleicht kriegen wir ja noch eine Forelle ans Band. Ansonsten wird dann lecker gefrühstückt. Dann machen wir uns auf den Heimweg und würden sagen, wir blenden noch ein paar Szenen ein von Ewalds Buhnwürfen hier, vielleicht gibt es ja auch noch einen Fisch. Ansonsten vom leckeren Frühstücksbuffet und das war es dann für dieses Video. Macht es gut, Petri Hai, ciao, ciao. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017